Vielen Dank erstmal Malte und Jonas, dass ihr da seid zum ersten SEO-Driven Roundtable sozusagen. Der Tisch ist auch in echt rund und ja, der Core von Google oder der Welt ist ja auch rund, passt vielleicht auch ganz gut, das soll heute das Thema sein. Vielleicht ganz kurz für die zwei Menschen auf der Welt, die euch noch nicht kennen aus der SEO-Szene. Malte, VP-Search-Product bei Searchmetrics. Erklär doch mal, was machst du da? Was mache ich eigentlich? Also ich mache irgendwie gar nichts mehr. Ich sitze nur in Meetings und schreibe E-Mails. Mein Team kümmert sich darum, dass wir Features in der Software umsetzen, Probleme mit der Software lösen und das von Anfang bis Ende. Also Ermittlungen des Kundenbedarfs, Ermittlungen von Markttrends, das Ganze übersetzen in Konzepte und dann eben zusammen mit der Engineering- und Data Science-Abteilung diese Sachen dann auch umsetzen und am Ende kommen da hoffentlich Features für unsere Kunden bei raus, die sie dann benutzen können für diverse SEO-Search- und Content-Themen. Du bist ja auch so ein bisschen der Data-Nerd, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall dein Facebook-Feed ist immer sehr interessant und aufschlussreich. Du versuchst da verschiedene Auswertungen aus dem Datenschatz, den ihr da habt, auch zu teilen mit der Community. Das fällt da immer auch noch so ab. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dich als Freund zu adden oder zu abonnieren. Also unter meinen Kollegen bin ich definitiv nicht der Data-Nerd. Also da gibt es Leute, die machen das seit Jahren und ein paar Terabyte und Petabyte Größenordnung größer als ich. Ich mache ja eher so kleinere Analysen dann mal aus Spaß abends. In der SEO-Szene sicherlich dann irgendwie mehr Data-Driven als die meisten, aber so im Vergleich zu dem, was eigentlich das Kerngeschäft von Searchmetrics ist, kann ich da nicht mitspielen, was wir so sonst an Datenmengen analysieren und Algorithmen drauf jagen. Das machen meine Kollegen schon deutlich besser. Okay, aber du teilst sie ja mit uns und sind ja auch manchmal recht polarisierend. Es sind ja immer sehr interessante Diskussionen, die dabei herauskommen. Ja, ja, also gerade auf Social Media teile ich natürlich manchmal auch bewusst Sachen, wo ich weiß, da gibt es eine Diskussion, aber wäre jetzt auch langweilig, wenn ich sage, Keywords auf der Website zu verwenden, macht irgendwie immer noch Sinn. Stimmen wir dann alle zu und wenn ich dann vielleicht noch sage, irgendwie eine Website für Besucher zu bauen, ist auch gut, sagen auch noch alle ja. Aber es ist ja viel spannender, mal irgendwie eine These rauszuhauen oder auch eine Frage zu stellen, die polarisiert. Alles klar. Ja, dann haben wir den Jonas Weber. Jonas, du bist ja sozusagen Ex-Googler. Ich glaube, darauf wirst du oft reduziert, Vor- und Nachteil, aber natürlich jetzt auch SEO-Consultant. Erzähl doch mal, was hast du da bei Google so verbrochen und was kannst du da heute noch von mitnehmen? Ja, also zunächst mal bin ich tatsächlich zum Thema SEO gekommen, als erste Stufe in der Diplomarbeit bei Lufthansa und dann bei Google gelandet. Ich habe ein paar Jahre gearbeitet und im Search-Quality-Team sich eben über die nicht bezahlte Suche kümmert. Das ist natürlich ein relativ kleines Team im Vergleich zum Sales-Team. Ich bin jetzt da aber auch schon ein paar Jahre weg und berate jetzt eben auf der anderen Seite Unternehmen, wie sie sich für Google besser aufstellen können, besser gefunden werden können. Also klar, die klassische Suchmaschinen-Optimierung am Ende des Tages. Und ja, bei größeren Unternehmen machen wir das natürlich persönlich, auch viel vor Ort. Bei kleineren Unternehmen haben wir gemerkt, dass es aus Kosten-Nutzungsgründen oft immer ein bisschen schwierig ist und dementsprechend auch einen Online-Kurs dafür entwickelt. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was bei dir noch so hängen bleibt, dass du auch so mit Online-Education halt viel machst. Auch einen YouTube-Channel, glaube ich, habe ich ein bisschen gesehen. Ja, klar. Ich meine, jeder probiert ja die neuen Medien auch so ein bisschen aus. Und ich glaube, Video ist auch ein ganz wichtiges Thema, auch gerade für Websites, um sich besser zu positionieren und vielleicht auch Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, der auch in Bezug auf die Core-Updates sehr wichtig ist. Und ja, probieren wir da auch ein paar Dinge. Und ja, wir haben gemerkt, dass auch ein Online-Kurs helfen kann, gewissen kleineren Unternehmen wirklich eine gewisse Guidance mitzugeben, um auch erfolgreich die eigenen Websites zu optimieren. Weil am Ende des Tages SEO ist ja auch nicht immer Rocket Science, wenn man seinen Job in verschiedenen Bereichen gut macht. Und bei kleineren Websites ist der Wettbewerb natürlich auch kleiner. Dann geht es schon ganz gut. Also die Erfahrung war sehr positiv bisher. Ja, da hast du schon die Core-Updates genannt. Wie viele Core-Updates hatten wir jetzt eigentlich? Habt ihr mal gezählt? Dieses Jahr waren es ja zwei große. Wie viele es jetzt insgesamt gab, kann ich gar nicht so sagen. Ich habe mal so ein bisschen zurückgeschaut. Die Kollegen bei Systrix haben ja so eine schöne Übersicht. Ich hoffe, es ist okay, Malte, dass ich Systrix hier als Referenz dazu zähle. Ich glaube, die waren sich auch nicht ganz so sicher, wie man zählen soll. Aber so den allerersten Verweis auf Google-Core-Updates habe ich dann gefunden beim Phantom-Update, was sozusagen erstmal so keiner genau wusste, was da passiert ist, was auch so eins der ersten Updates war, was vielleicht nicht so singulär eindeutig war, Backlinks oder dies oder das. Dadurch haben sich dann die Experten da draußen keinen tollen Namen einfallen lassen können. Und das wurde jetzt eben im Nachhinein irgendwie auch als Core-Update identifiziert. Auch im Zusammenhang mit Panda. Panda wurde ja auch irgendwann in den Google-Core geschoben und es gibt nicht mehr diese klaren Panda-Updates. Das wäre schon mal so die erste Frage. Ich habe mir das schon mal so ein bisschen angesehen und ich habe schon relativ häufig festgestellt, dass Websites, die in der Vergangenheit auch mit Panda oder anderen so komischen, vielleicht auch unbekannten, unknown-Updates-Probleme hatten, dass die jetzt von den Core-Updates auch eher betroffen sind als jetzt vielleicht die, die jetzt bei ganz klaren anderen Themen irgendwie Probleme hatten. Habt ihr das auch beobachtet? Seht ihr da irgendwelche Zusammenhänge? Ja, also ich würde auch beim Panda-Update anfangen, weil wenn wir uns überlegen, wenn wir uns mal überlegen, was gab es in den letzten Jahren für Updates, die zumindest namentlich erwähnt wurden, von Google kommuniziert wurden und die Rankings auch beeinflusst haben, dann können wir ja schon ein bisschen differenzieren zwischen Updates, die eher, zum Beispiel wie ein Penguin-Update, das eher den Linking-Bereich betroffen hat. Also kann ich an meiner Website machen, was ich möchte, es wird mir nicht helfen, ich muss eher mich darum kümmern, was verlinkt mich. Oder in anderen Bereichen ganz klare Updates, wie zum Beispiel Pidgin, wo es dann eher um lokale Ranking-Mechanismen geht, um es eher zu lokalisieren. Und wenn wir uns jetzt Panda anschauen und Phantom und Core und wie sie alle heißen und jeder hat ja versucht, auch seinen eigenen Namen zu finden und auch vielleicht durchzuboxen, ist es dann auch endlich immer geschafft. Und das war auch so ein bisschen Wettbewerb. Ich glaube, Pharma hieß es dann auch mal kurzzeitig von irgendjemandem. Und am Ende des Tages geht es doch aber eigentlich, zunächst mal hat Google doch immer die gleichen Ziele. Wir wollen die Suchintention des Users bedienen, bestmöglich. Ich glaube, das ist so das Ziel, was über allem steht, weil der User ein Träger-User ist und solange er zufrieden ist, wird er auch nicht die Suchmaschine wechseln. Und daran hat sich Google natürlich versucht, immer mehr anzunähern. Und über unterschiedliche Mittel. Am Anfang mit dem Panda war es vielleicht noch ein bisschen einfacher und ein bisschen grober. Man hat versucht, vielleicht eher User-Metrics indirekt zu messen und das mit einfließen zu lassen anhand indirekter Faktoren. Und Google nähert sich dem Ziel immer mehr an, das Ganze vielleicht direkt hinzubekommen. Natürlich auch vielleicht ein bisschen mit künstlicher Intelligenz. Aber die Ziele sind eigentlich immer die gleichen. Und am Ende des Tages muss ich immer meine Website verbessern in unterschiedlichen Bereichen und auch immer ein besseres Produkt bieten. Also meine Website als Produkt sehen, dass der User hinten aus dann auch zufrieden ist. Und selbst jetzt bei den letzten Core-Updates haben wir gesehen, dass Websites, die die Basics noch nicht im Griff haben, zum Beispiel das Verhältnis von Thin zu Uni-Content, immer noch, und das ist ja eigentlich so ein typischer Panda-Fall, eine typische Panda-Diät, dass die immer noch darunter gelitten haben und den nächsten Schritt noch gar nicht brauchen gehen müssen oder sich nicht lohnt, weil sie den ersten Schritt noch nicht geschafft haben. Und im Endeffekt sehen wir, dass die eigentlich alle irgendwie zusammenhängen und die Ziele die gleichen sind, nur Google natürlich besser agieren kann, fortschrittlich agieren kann, auch mehr differenzieren kann, auch auf einer Domain granulare differenzieren kann, wie es vielleicht bei Panda der Fall war. Jetzt hast du ja schon die künstliche Intelligenz angesprochen, so Machine Learning, AI. Was spielt das tatsächlich schon für eine Rolle? Malte, hast du da... Spielt tief, tief eine Rolle. Also im Endeffekt will Google ja bewerten, welcher Inhalt ist gut für meine Besucher. Und wenn du Themen hast, wo super viele Leute nachsuchen in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Sprache, die noch alle die gleiche Suchintention haben, kriegst du ja relativ schnell Feedback. Wo klicken die Leute? Wo kommen sie zurück aufs Suchergebnis? Wo kommt ein Query-Refinement? Wo gibt es Compound-Searches von Keyword mit Brand und so weiter? Und das kann man ja dann relativ schnell Daten sammeln und sein System verbessern, was Google auch garantiert in irgendeiner Form macht. Auch wenn sie immer mal wieder bei einzelnen Sachen sagen, nee, das messen wir nicht oder das hat keinen Einfluss aufs Ranking. Und das Problem ist dann aber ja der Longtail und so ganz, ganz nischige Themen oder sehr kleine Länder mit sehr kleiner Population, wo du in der Sprache erst mal wenig Online-Inhalt hast und dann auch noch sehr, sehr wenig Suchvolumen auf den meisten Themen. Da kannst du nicht warten, bis du Feedback hast, weil du müsstest drei Monate warten. Und in der Zeit hat sich vielleicht schon zweimal der Search-Intent geändert zu dem Keyword. Und gerade da muss Google ja irgendwie versuchen, von den High-Traffic-Keywords, wo sie gute Signale kriegen, wo sie Trailing-KPIs mit dann den Lacking-KPIs dem User-Behavior verbinden können, zu nutzen, um dann quasi Systeme zu trainieren, dass du aus diesen vorgelagerten KPIs, die du irgendwie messen kannst, Content-Länge, Anzahl Tippfehler, was auch immer es dann am Ende sein mag, diese zwei sind jetzt absurde Beispiele, nicht, dass jemand sagt, dass das Ranking-Faktoren sind, dann zu versuchen, zu predikten, wie sich Nutzer verhalten. Und der Brank-Brain war da ein ganz großes Ding für sowas, wo wir gemerkt haben, dass ich bei vielen, also wir haben eine große Analyse dazu gemacht intern, wo wir damals gemerkt haben, dass sich gerade Long-Tail-Keywords geändert haben und eher Domains da auch gut performt haben, die sich schon im Short-Head durchgesetzt hatten. Das heißt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwas Machine-Learninges passiert ist und das wird sich einfach noch weiter fortsetzen. Ansonsten wird Google nie in der Lage sein, für, keine Ahnung, irgendeinen finnischen Dialekt gute Suchergebnisse auszuspielen, die darüber hinausgehen, zu gucken, ob das Keyword im Content drin ist. Deswegen, Machine-Learning ist definitiv schon drin. Gerade wenn man Sachen sprachübergreifend, länderübergreifend machen will, braucht man ja oft Machine-Learning-Komponenten, weil wenn man sich Regeln überlegt für das amerikanische und für das deutsche Internet, die sind vielleicht komplett falsch für das Internet in Taiwan oder Indonesien, wo die Leute ganz andere Devices haben, ganz anderes Surfverhalten haben. Oder wenn man sich Länder wie Brasilien anguckt, wo Video ein viel populäres Format ist, da musst du ja auch gucken, dass du irgendwie automatisierte Inputs hast. Was wollen die Leute? Worauf reagieren sie gut? Und darauf deine Algorithmen anpasst. Das heißt, Machine-Learning muss eine Komponente da drin sein. Wenn wir jetzt so über User-Signale, Machine-Learning und so weiter sprechen, muss ich auch immer an Brand denken. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigt hast. Welche Rolle spielt denn die Brand und wie könnte Google jetzt Marken erkennen? Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem, was der Malte gesagt hat. Im Endeffekt ist es ja so, worauf beruhen diese Prognoseverfahren, diese Machine-Learning-Verfahren? Im Endeffekt sind es ja, die Prognosen werden erstellt anhand der Daten, die in der Vergangenheit ermittelt wurden. Das heißt, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Erklärung zum Beispiel dafür, dass Blocks nicht mehr so gut funktionieren. Weil wir haben Blocks funktioniert, Blocks haben dadurch funktioniert, dass ich ständig neue Artikel gepostet habe und im Endeffekt ständig neue URLs für ähnliche Themen kreiert habe. Wo ich jetzt sagen würde, wir gehen genau in eine andere Richtung. Also Reputation wird bei Google nicht mehr nur mittels Page-Rank gemessen und Linkkraft natürlich auch noch in gewissem Maße und der Malte hat es auch schon angesprochen, im Longtail ist es mit Sicherheit, gerade bei kleineren Websites, mit Sicherheit noch sehr wichtig, weil Google da nicht genügend Signale hat. Aber Reputation kann auch gemessen werden, nicht nur bei einer Domain, sondern auch bei einer URL. Wie hat sie in der Vergangenheit performt für gewisse Keyword-Sets? Und je nachdem, wie sie performt hat, kann ich dann für andere Keywords, auch vor allem für neue Keywords, die noch nie gesucht wurden, dafür wird es vor allem auch verwendet, genau diese URLs wieder anzeigen oder User anbieten, weil sie in der Vergangenheit schon gute Resultate erzielt haben. Das ist natürlich immer der sicherere Weg, als komplett neue URL anzuzeigen. Das heißt, wir sehen auch eine komplette Trennung, früher hatten wir so Mischungen aus News, Blog, Suche, normaler Suche und so weiter. Jetzt sehen wir eigentlich eine glasklare Trennung zwischen News und den normalen Suchergebnissen. Und wenn ein Thema plötzlich News getrieben wird, dann ändern sich die Top Ten komplett aus, weil einfach die Suchintention eine ganz andere ist. Das heißt, wir sehen zwei komplette Trennungen und die eine basiert eben wirklich eher auf der Reputation in Form von, bei den URLs gute Erfahrungen gemacht zu haben und die andere ist dann eher so der News-Bereich, whitelistet über den Google-News-Bereich, auch gute Erfahrungen gemacht und so weiter. Und natürlich ist noch ein weiterer Standbein, jetzt kommen wir zu deiner Frage, die Brand und wie kann Google Brands messen? Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade bei gewissen Keywords, Domains etc. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem für die aktuell. Aber ganz klar kann ich natürlich messen, wenn zum Beispiel gesucht wird Sparkasse Girokonto, kann Google anhand der Durchklicks-Muster, wenn jemand Sparkasse sucht, dann wird es an die 100% durchgeklickt oder ein bisschen hohen Muster sehen wir auch anhand der Zeit-Links, was die Google dann in Suchergebnissen anzeigt. Und wenn das in Kombination mit gewissen generischen Keywords gesucht wird, dann kann natürlich Google sehr gut erkennen, okay, das ist Brand, das ist der generische Begriff und diese Brand scheint für diesen generischen Begriff wichtig zu sein. Und den generischen Begriff könnte man nicht messen. Klar, ist er commercial oder nicht? Man könnte zum Beispiel AdWords-Daten daneben legen oder so. Einfaches Beispiel. Aber man könnte natürlich auch ganz anders sagen. Und am Ende des Tages kann Google das dann sehr gut differenzieren und kann dann auch deine Ratio berechnen, was ist denn das Verhältnis von Branded-Traffic auf deiner Website, also dass die Brand irgendwo mit drin war in der Suchphase, zu Non-Branded. Und wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, bei Websites, die da ein nicht so gutes Verhältnis hatten, also zu Lasten von Brand, also wenig Brand suchen, sie eher auch mal in einen Panda-Filter reingerutscht sind oder in einen anderen Filter der letzten Updates, als eine Website, die als Brand da sehr fest unterwegs war. Also es ist auf jeden Fall, also bei Google kommt es ja nicht auf das eine Signal an, sondern es gibt ja auch mehrere Signale, die unterschiedlich gewichtet werden, auch je nach Suchintention, wird ja auch immer wieder gesagt von Google. und in dem Fall ist es natürlich dann extrem positiv.